Michael Schumacher ist eine Formel-1-Legende. Doch Ende 2013 änderte ein schwerer Unfall alles. Eine Chronologie des Unglücks. Er ist einer der größten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, Michael Schumacher. Doch ein Ski-Unfall veränderte am 29. Dezember 2013 alles. Seitdem ist für ihn und seine Familie nichts mehr, wie es einmal war. Wie es Rekordweltmeister Michael Schumacher heute geht, ist nicht bekannt. Die Familie schweigt über seinen Zustand, gibt keine Informationen preis. Dennoch sickern hin und wieder ein paar Kleinigkeiten durch. Doch was ist an dem besagten Tag im Dezember 2013 genau passiert? Diese Details sind über den Unfall von Michael Schumacher bekannt. Michael Schumachers Unfall, das ist passiert. Der schwere Ski-Unfall von Schumi ereignete sich am 29. Dezember 2013 im französischen Meribel. Zusammen mit seiner Frau Corinna und den Kindern Mick Schumacher und Gina Maria Schumacher verbrachte die Formel-1-Legende damals einen gemeinsamen Urlaub in den französischen Alpen. Es war ein Sonntagvormittag, kurz nach 11 Uhr, als es passierte. Schumacher war damals mit geliehenen Skiern durch einen unpräparierten Bereich gefahren und über einen mit Schnee verdeckten Felsbrocken gestürzt. Eine Kamera an seinem Helm half den Ermittlern später dabei, den Unfall zu rekonstruieren. Die Aufnahmen zeigen, dass Schumacher tatsächlich einige Meter abseits der markierten Piste unterwegs war und in einem flacheren Bereich mit etwas Neuschnee gegen einen Felsen fährt, dabei die Kontrolle verliert. Und mit der rechten Kopfseite auf einen anderen Felsen knallt. Der Aufprall war so heftig, dass der Helm auseinanderbricht. Ein Fremdverschulden konnte durch die Aufnahmen ebenfalls ausgeschlossen werden. Schumacher war nicht einmal besonders schnell unterwegs, kreuzte auch keine andere Piste, wie zunächst in französischen Medien berichtet wurde. Klinik, Koma, Reha, das passierte nach Schumis Unfall Direkt nach dem Unfall war Michael Schumacher zwar leicht verwirrt, aber noch ansprechbar. Auf konkrete Fragen habe er jedoch nicht mehr reagiert. Von Bergrettern wurde er erst versorgt und der Abtransport mit dem Helikopter vorbereitet. Schnell stellte sich heraus, dass seine Verletzungen doch so schwerwiegend sind, dass er nicht in der Klinik, in der er zunächst behandelt werden sollte, versorgt werden konnte. Er wurde in die Uniklinik in Grenoble gebracht und notoperiert. Schumachers Sprecherin und Managerin Sabine Kemp teilte damals bereits am frühen Nachmittag, nur wenige Stunden nach dem Unfall, mit. Michael ist bei einem privaten Skitrip in den französischen Alpen auf den Kopf gestürzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und wird medizinisch professionell versorgt. Dass er zu diesem Zeitpunkt um sein Leben gekämpft hat, sagte Kim nicht. Auf der ganzen Welt war die Anteilnahme groß, alle bangten um den Rekordweltmeister. Die Familie sowie enge Freunde machten sich sofort auf den Weg nach Grenoble, darunter auch der Mediziner Professor Gerard Seeland. Die erste Nacht über steht der damals 44-Jährige, doch die Ärzte zeigten sich besorgt. Bei einer Pressekonferenz teilten die behandelnden Mediziner mit, Schumacher habe ein schweres Schädelhirntrauma mit mehreren Blutungen erlitten. Er liege auf der Intensivstation. Sein Zustand ist außerordentlich ernst, sagte Jean-François Peen, der Chef der Anästhesie. Er erklärte außerdem, er ist in ein künstliches Koma versetzt worden. Wir versuchen, die Gehirnödeme zu reduzieren und den Druck zwischen Gehirn und Schädel so weit wie möglich zu verringern. Auch Seeland stellte klar, wir sind beunruhigt über seinen Zustand. Zunächst hielten die Ärzte die Öffentlichkeit noch über den groben Zustand auf dem Laufenden, auch Sabine Kemp gab immer mal wieder ein kurzes Update. Durch die weit verbreiteten Verletzungen im Gehirn musste Schumacher kurz darauf jedoch ein zweites Mal operiert. Und in ein künstliches Koma versetzt werden. Ende Januar 2014, einen knappen Monat nach dem Unfall, wurden die Narkosemittel langsam reduziert. Er sollte so in einen Aufwachprozess überführt werden. Dass dieser sehr lange dauern kann, warnte Managerin Keem damals direkt. Im April 2014 teilte Keem mit, dass Michael Schumacher Momente des Bewusstseins und des Erwachens zeige. Anderthalb Monate später, Mitte Juni, soll sich der Ex-Rennfahrer nicht mehr im Koma befunden haben, wie offiziell mitgeteilt wurde. Es folgte die Verlegung in eine Reha-Klinik nach Lausanne. Weitere Wasserstandsmeldungen sollte es aber schon bald nicht mehr geben. Recht schnell entschloss sich die Familie, über den genauen Zustand des zweifachen Vaters zu schweigen. Dies hat einen einfachen Grund, Informationen über sein Privatleben hat er nie gegeben. Nachdem er also keine Rennen mehr fährt, gibt es auch keinen Anspruch, dass die Öffentlichkeit Informationen darüber erhält. Das hatte Anwalt Felix Damm bereits 2015 in einem ARD-Interview über die Situation erklärt. Die Entscheidung ist also im Sinne von Michael Schumacher. Die Entscheidung ist auch ein Grund, und es ist auch ein Grund, ein Grund, ein Grund, das Wort. Untertitelung des ZDF, 2020